Hallo, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomas Ektronik aus Hamburg. Ich habe heute ein sensationelles TV-Gerät von der Firma Samsung hier, den neuen Q87T. Warum der so besonders ist, das erzähle ich euch jetzt. Was erwartet euch in diesem Video? Die grundsätzlichen Features des Q87T, Unterschiede Q80T-Seriengerät und Q87-Exklusivgerät, dann die neuen Features, Anschlüsse, ja und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Design, nämlich auch dort gibt es Unterschiede zum Seriengerät Q80T. Das Gerät ist in Silber, ein silberner Rahmen, leicht gebürstet, sehr, sehr schön verarbeitet, auch die Ecken abgerundet, sieht auch sehr edel aus. Dann kommt hinzu, einmal schon mal auch der silberne Fuß, ist ein edler Metallfuß und zwei Fernbedienungen sind im Lieferumfang dabei. Einmal eine klassische Fernbedienung, da sind halt eben die Programmtasten drauf, wie man es auch gewohnt ist von einer herkömmigen Fernbedienung, Lautstärke runter, Lautstärke hoch, Zapping-Taste, Videotext-Tasten und so weiter. Aber auch dabei diese edle silberne Fernbedienung, die Smart Remote Control in Silber, nämlich bei dem Seriengerät Q80T, ist nämlich nur die schwarze auch dabei. Auch hier wieder ein oben drauf gesetzt. Hier eine weitere Auflistung der Unterschiede zwischen Q87T und Q80T. 4.2.2 Kanal Soundsystem, zwei Fernbedienungen, Smart Remote in Silber und in Klassisch, extremer Betrachtungswinkel, direkte Hintergrundbeleuchtung, zwölffach, Bildqualität-Indexwert von 3800. Und schaut mal hier, auch toll diese Antireflexionsbeschichtung. Sehr einfach sensationell. Ihr seht, die Kamera steht direkt vor dem Fernseher und ist gar nicht sichtbar. Und selbst Lichtreflexionen, ja die verschmelzen hier, die werden in die Breite gestreut. Wir haben das Gerät bereits fachgerecht eingerichtet. Falls ihr wissen wollt, wie das so funktioniert, einfach oben das Video anklicken, da haben wir was Tolles für euch vorbereitet. Grundsätzliche Ausstellungsmerkmale, das Q87T, 4K, Bildauflösung, Tribble-Tuner, USB-Recording, Bluetooth-Kopfhörer, Anschluss, Sprachassistent. Was bedeutet 4K? 4K bedeuten 3840x2160 Bildpunkten. Das entspricht ungefähr bei roundabout 8,3 Millionen Bildpunkten. Und damit habt ihr gestochen scharfe Bilder. Tribble-Tuner. Jeder Tuner ist zweifach übrigens ausgestattet. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum USB-Recording. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, eine optionale Festplatte anzuschließen und eine Sendung aufzuzeichnen und eine andere Sendung zu schauen. Ihr könnt einen Bluetooth-Kopfhörer anschließen. Also kabellose Verbindung zum TV, damit ihr ungestört halt eben auch die Bildungssendungen über Kopfhörer hören könnt. Sprachassistent. Alexa und Bixby sind bereits integriert. Braucht heute keine optionalen Geräte dafür. Neue Features bei den Q87. Nicht erschrecken, hier sind ein paar Abkürzungen, die ich aber gleich definitiv euch erläutere. Ja, APF ist neu. OTS, Q-Symphony, AVA, HDMI-Anschlüsse. Kommen wir mal zur APF. APF, das ist Adaptive Picture Function. Das bedeutet, dass ich das Bild nicht nur den räumlichen Lichtverhältnissen anpasse, sondern die Lichtverteilung innerhalb jeder einzelnen Szene wird analysiert und wird optimiert, sodass jedes Detail für euch immer noch klasse sichtbar ist. OTS bedeutet Object Tracking Sound. Hier werden Bewegungsabläufe, die soundtechnisch innerhalb einer Szene passieren, perfektioniert, sodass zum Beispiel eine Bewegung von rechts nach links, auch auf die Lautsprecher von rechts nach links, übertragen werden. So habt ihr natürlich einen optimalen räumlichen Klang. Q-Symphony habt ihr die Möglichkeit, eine Q-Soundbar 2020 von Samsung anzuschließen. Und dann nutzt ihr nicht nur die Lautsprecher, das Soundbar, sondern das Schöne ist, ihr nutzt auch die integrierten Lautsprecher des Fernsehers, inklusive des integrierten Subs. AVA, Active Voice Amplifier, das sorgt dafür, wenn eine lautere Geräuschkulisse plötzlich im Wohnzimmer ist, also zum Beispiel Staubsauger ähnlich ist, dann werden die Dialoge im Film etwas nach oben gesetzt, sodass ihr die immer noch hören könnt und ist diese Geräuschkulisse vorbei, also Staubsauger fertig, dann geht es zurück zur normalen Lautstärke. Kommen wir zur HDMI und da zeige ich euch am besten erstmal die gesamten Anschlüsse und dann gehe ich auch noch mehr auf HDMI 2.1 ein. Hier der Anschluss für DVB-C oder auch für DVB-T. Zweimal Satellitenanschluss. LAN-Anschluss. WLAN ist selbstverständlich integriert. 1, 2, 3, 4 HDMI-Eingänge. Alle 4 sind übrigens ALLM-fähig. Hinzu kommt, dass der HDMI 3 mit EARC ausgestattet ist, also für einen EARC-tauglichen Receiver. Game Mode. Hier bitte eure Spielekonsole anschließen, weil dann erreicht ihr auch die volle Performance. 4K bis zu 120 Hertz. Optischer Digitalausgang und zwei USB-Anschlüsse. Hier bitte eure Festplatte anschließen. Das hier ist dann der CE-Plus-Adapter. Der kommt hier rein, einfach die Folie entfernen, Adapter rein und dann wird dort das CE-Plus-Modul inklusive der Smartcard dann eingeführt. Also ich muss sagen, für mich ist der Q87 wie so ein kleiner Geheimtipp, weil der hat so viel Mehrwertausstattung gegenüber dem Liniengerät Q80T. Kann ich absolut empfehlen. Es lohnt sich, definitiv. Achtet vor dem Kauf eines Samsung-TVs 2020 darauf, dass es Made for Germany ist. Das heißt, einmal kennt ihr es an dem Logo, was ihr jetzt hier eingeblendet seht, auf dem Karton. Denn hier sind Features drauf, die nur die deutschen Geräte enthalten. Unicable, HBB-TV, vorsortierte Sender, DVB-T2 HD und das ist auch nochmal ein extra Punkt beim Q87. Aber wisst ihr was? Macht es doch ganz einfach. Wir sind nämlich hier Händler in Hamburg zum einen und haben auch einen ganz tollen Online-Shop mit vielen, vielen Produktinformationen. Kauft doch einfach, das geht bei uns, denn wir ordern unsere Ware nur über Samsung Deutschland und da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Geht doch einfach mal nach unten, da könnt ihr schon mal ins Produkt reingehen auf unseren Online-Shop. Und zum anderen habt ihr auch die Möglichkeit, wenn euch übrigens das Video hier gefallen hat, gebt doch einfach mal ein Like ab oder abonniert unseren Channel oder klickt doch einfach auf die Glocke rauf und schon bekommt ihr Informationen über unsere neuesten Videos. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und freue mich auf euer weiteres Interesse in unseren weiteren Videos und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Euer Stefan Peter von der Firma Thomas Elektronik aus Hamburg. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.